Mit 45 Minuten Verspätung kam 1860 München Investor Hassan Ismaker an der Grünwalder Straße an. Am Vorabend hat er sich mit der Geschäftsleitung getroffen, um wichtige Personal- und Finanzfragen zu klären. Einer geriet da aber besonders in den Fokus, und zwar der aktuelle Sportdirektor Florian Hinterberger. Für ihn möchte Ismaker einen neuen Mann. Der Umbau der alten Tribüne und auch der heilige neue Rasen gerieten plötzlich in den Hintergrund. Bei 1860 München gibt es momentan viel größere Baustellen. Dieser Mann macht alles für das Unternehmen 1860 München. Wenn er was erreicht, ist das gut, wenn er nur redet, bringt uns das nicht weiter. Folglich gibt es nur eine Lösung. Wenn jemand nicht erfolgreich ist, musst du ihn ersetzen, du musst die Tür für neue Leute öffnen. Eine neue Herausforderung mit neuen Verantwortlichen. Ismakes Auftritt ist kurz, wirft aber eine Menge Fragen auf.